Wir bewerten die Trampoline im Jump-Dom-Lins von 1 bis 10. Let's go! Als erstes haben wir hier unsere Free-Jump-Trampoline. Die sind zwar klein, dafür gibt es richtig viele davon. 7 von 10 Punkten. Als nächstes haben wir hier unsere Performance-Trampoline. Die sind etwas größer und federn echt gut. Deshalb 9 von 10 Punkten. Das sind unsere 5x5 Meter großen Freestyle-Trampoline. Die sind richtig groß und man kann super hoch springen. Dafür gibt es 12 von 10 Punkten.